hey leute herzlich willkommen zu einem kleinen dual commentary heute mit mir doch so sieht es aus und zwar live gezockt und der sascha wird sich auch mal blicken und hören lassen blicken wohl eher nicht aber hören lassen ich glaube ich hab bock auf search deswegen spielen wir jetzt einfach mal search ist heute die erste runde deswegen verzeiht mir falls es nicht so abgeht jawohl musste musste fast das herz darunter schmeißen wollen scheiß kuchen scheinen du wolltest ja nicht kaufen ja ich hab so gesagt ja weil der kuchen einfach geil ist jetzt futters die ganze zeit wir haben wieder nichts neues kann immer lieber die sechs euro jetzt doch du missgeburt so die verschissene underground ist angesagt diese verdammte map geht mir so auf die eier das glaubt glaubt ihr gar nicht das ist unfassbar so was wird jetzt gespielt das ist hier die frage eine burschwaffe würde ich mal so sagen da kommt usas suchen und zerstören usas wird jetzt hier ein bisschen gesuchtet wie gesehen hat finger fähig bei datentäter todestelle erweitert magazine schaden drauf radar ist dabei zivier ist dabei mp nein mit extenet mac ist dabei specialist killstreak ist dabei mit fingerfertigkeit schnell zielen und ruhige hand jeweils die pro version von den ganzen turks versteht sich natürlich ich habe noch mal haben sie auch nicht so wo die mädchen ihr wohl jawoll wir sind hier fast allein wunderbar hallo so muss das sein jawohl was das für ein minderwertiger scheiß was soll so ein dreck du scheiß hey billy mutant was ist das für eine scheiß guten waffe ja das ist so eine übertriebene scheiß war jeder benutzt jeder scheiß random benutzt sie jawohl team jawohl komm hier für euch extra für euch ihr habt auf 1a ich muss wieder mit diesem verdammten werden das gibt's einfach nicht you got the dance ich will jetzt ein kinderregel ja der kinderregel was soll so ein scheiß das mit der acr das geht mir so auf die eier steht da nicht immer so scheiß acr yo und der raven hat 8 0 hat ein triple mit der printer gemacht scheiß kacken und auch noch mal vom fernseher spring mich um warte bin ich gleich weg ist ja war es um mich geschehen der eminem geil scheiß fernbein und einfach nein und aus der hüfte und wunderbar das braucht die menschheit ach du scheiße du minderwertige verdammte drecksau spiel doch nicht mit so einer scheiße ach du scheiße alter jawohl mein team ist so geil und er er hat es drauf ne er hat der ivan x13 verdammter randy ja er ist der letzte und wir haben wieder mal verloren das ist ja schwer geil er hat es gleich 10 0 wunderbar jetzt muss man hier einfach andere seiten aufgezogen werden wir müssen jetzt gar nicht weg damit wer hätte das jetzt gedacht dass das gegnerteam mit mp7 und acr spielt hätte keiner von uns gedacht die waffe wird ja kaum gespielt deswegen kann man ja eigentlich steckt das kann weg mit der sauer das ist ein das ist ein schweiß die scheiß kopfball auch 4.000 er war ließ die angesagt, ihr seht, achte Scheiße. Die hausen mit so einem minderwertigen Scheiß-Helikopter. In der Luft rumkriegen die kleinen minderwertigen Push-Nega da wegholen. Was hast du da gesagt? Du, 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 Rasa, 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 Rasa. Was ist? Nein, ich bin kein Rassist. Da plantet einer. Geil, Junge, was ein AIM! Da war er defused doch, Alter, den Geschütz. Da kannst du neigen, weil du den Überwacher hast. Ein bisschen nachdenken. Da ist einer. Ja! Der ist letzter Überlebender. Ja! Er holt beide weg. Neigt das Geschütz doch jetzt. Er hat schon geneigt. Weg mit dem Zweck. Ah, so ein Dreck, Alter, so ein Dreck. Mein Team hat ja mal was gemacht und passt doch. Heilige Scheiße. Ich bin stolz an euch. Ja. Kriegst nix von mal, reicht's gut. Ja, wir zwar nicht kriegen wie du wolltest. Aber wir haben eine Bombe! Wir haben eine Bombe, wir haben eine Bombe, wir haben eine Bombe, wir haben eine Bombe, wir haben eine Bombe. Die abkriegt halt nicht auf. Wunderbar. Fäukt dich auch auf für, um die Gewichte! Wunderbar. Wo sind die Scheißwechse… Da unten müssen wir auch. Der O-L-J-R-O-O. Weg, Sniped. Einfach weg. Jawohl. Was machte er da? Er will sich in die Leiche legen. Wie so eine kleine Ratte, ey. Gott. Das geht ja gar nicht, ey. Jups. Tuble en Pris? Tuble en Pris? BATS! Weg. Weg mit dem scheiß Drecks Franzosen. Nix ist da. Tuble en Pris? Tuble en Pris? Ja, ich bin Baguette im Arsch. Und mag er gerne Kaffee Latte. Am liebsten Latte. In der Munte. BATS ist der Specialist Bonus. Und dieses scheiß minderwertige Kackperk. Dorka. Ist der Muskelarm da. Der Muskelarm, ja. Der Bizeps. Nur der dicke Bizeps ausgepackt. Der 45er Bizeps wurde ausgepackt. Und der Ivan. Der Ivan. Die Sau. Der hat's halt so drauf. Gefährlich. Sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Der Ivan. Wieder ein weggeholt. Was soll so ein Scheiß? Wo ist der denn? Mann ist sehr schlau. Mann sind die geil. Der ist geil und der Kalomoro. Er ist nicht alle top sind. Die sind alle geil. Richtig bescheuert. Und der Ivan wurde im Hedgehog eingeflößt. Da war noch so ne Sau. Ja. Chill dich dann, warum reißt du das? Der Puglend Priest. Wunderbar. Der Olioro. Der geile Sniper. Der letzte Überlebende. Liegt da irgendwo in der Ecke. Da ist er. Was ins Köpft? Hier ein Sau. Oh, wunderbar. Schon scheiße, wenn so ne Waffe rausguckt. Schon scheiße, wenn man ne Ecke gammelt und nicht checkt, dass man gesehen wird. Ja. Da gammelt er. Da wird er ganz mies weggeholt. So was wird hier gar nicht toleriert, so was. Nicht schön. Wird nicht toleriert, wenn man mit so nem Bushwookie Anzug in der Ecke sitzen muss, dann kommt der Bizeps und der Trizeps und dann ist alles gut. So. Liebes Team, ich bitte euch, gewinnt die Runde, tut mir den Gefallen. Macht nicht wieder so ein Scheiß. Und sind alle zufrieden. Jawoll. Kommt die Predator-Rakete. Und die Kröter müssen gesüchtet. Und der Ivan hat wieder weggeholt. Und der Alvinaym hat auch zugeschlagen. Und da kamen wir beide. Die kann man nur so dumm scheiße schlecht sein. Es ist unfassbar. Die Menschheit von heute und dem COD ist einfach nur behindert. Jawoll, der COD-Fahrer. Kaut schon mit rum. Einer ist jetzt sowieso noch. Ja, die kamen eh da jetzt. Da beim LKW. Da kamen sie rum. Das war ja ein geiler Weg, den ich da... Und die DEFA war Knife. Beide. Wunderbar. Die liegen so eine minderwertige Bombe. Was ist falsch mit diesem LKW? Und der ist... Jawoll. Dankeschön Team. Danke. Merci. Merci beaucoup. Grazie. Beide rechts. Ganz hinten rechts würde ich nur behaupten. Und da hinten in dem Eingang. Schön in den Underground. Meine Fresse, Alter. Wo sind die denn? Und was machen meine Team-Matches schon wieder? Das ist eine gute Frage, eine gute Frage. Sehr gute Frage. Bloß weg von mir. Einer wird garantiert auf Spawn gehen. Beziehungsweise hinten schon beim LKW gammelt. Und da einen im Zug. Inks im Zug. Unten im Zug. Der Haus dringt. Rechts. Wow, 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 wow. Ne. Muss jetzt erstmal kuriert werden hier die Scheiße. Sonst bin ich gleich Bochi. Da müssen hier die Bomben platziert werden. Risiko muss eingegangen werden. Ja, leider muss das jetzt mal in Kauf genommen werden. Sonst... Jawoll! Der Olvio. Ey, ich hätte ihn lieber so töten sollen. Er gammelt auch im Zug. Jawoll. Und er gammelt da. Und öy. Und Hartz und Angescoft. Und dann noch Quickscope. Ey, das ist doch kein Quickscope. Das ist doch lächerlich so ein Schein. Der ist gut, der ist gut. Nein, der hat überhaupt nichts drauf. Mein Team ist so krottenschlecht schon. Und wieder. Ich hab wieder diese Volltrottel im Team. Der ist gut. Lass ihn so. Volltrottel die mit meinem E-Rundgummen und sich dann einen abgeiern. Der Kett ist schon nicht schlecht. Da wird nochmal die neunte ausgepackt für die letzte Runde. Hört nochmal raus, googelt jetzt. Was haben die gesagt? Feind und was? Weiß ich nicht. Stankt man an der Aufklärungsrunde. Ey, ne. Und der Ivan. Da ist er weg, der Ivan. Wegge Ivan, die schwarze Sau. Scheiß! Dreckiger Fanboy! Was soll so ein Scheiß, du Kackfotze? Eminem, Junge. Jawoll. Ey, mein Team. Ey, wenn das schon wieder verliert. Weil so Drecksniper am Spawn hocken. Alter, yo. Eminem, Alter. Eminem, yo, Junge. Yeah, yeah, I'm not afraid, Junge. Yeah, yeah, I'm not afraid, yeah, 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 oh. Scheiß Missgeburt, Alter. Typulant Priest. Ja, ja. Drei gegen drei. Es wird ein spannendes Match. Jawoll, guck mal, sowas hab ich im Team. Mach weg, mach weg. Ja, nee. Noch was, er weg. Ja, mach's tot. Und da ist der Kalamero, Kalamero. Ja, er. Jawoll, er macht das. Overkill, Junge, Batz. Batz, Overkill. Zwei gegen ein. Ja, so sieht's aus. Konov gegen, und, ne, Konov und COD-Fahrer gegen. Die Turbulent Priest. Kalamero ist auch richtig. Ja, jetzt ist er weg. Ist er weg, weil er jetzt platziert ist er weg. Weg. Jawoll, weg in die Minute, die Sau. Schön. So gefällt mir das. Jetzt noch diese minderwertige Kill Cap. Nee, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Ah, auf Tumor. Ja, Leute, das war ein wunderbares Surge. 15-4 ist Endscore. Ich hoffe, es war. Sehr unterhaltsam. Ja, halt die Schnauze direkt nicht zum Stuhl. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei einem kleinen Live-Commentary. Und, ciao. Peace! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.